Ich habe den Kredit jetzt mal zurück gezahlt. Herzlich willkommen hier. Warum habe ich da keine Leute jetzt in der Forschung? Ich habe extra mehr eingestellt. Ich habe extra mehr eingestellt, dass ich das kann. Ein Kurs zur Verfügung. Wir sind personalmäßig gut besetzt. So kann man jetzt die Zustimmung nehmen. Ich bin in der Höhe dran. Okay. Noch immer kein Kurs da. Wir haben aber auch noch keinen. Ich bin zufrieden. Das Jahr ist fast vorüber. So wir kriegen Aussage und ich hoffe wir kriegen mal den Patientenpreis des Jahres und wir kriegen den Patientenpreis des Jahres. Motivation ist wichtig. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ich habe gar keine in der Forschung. Ich höre mich gar nicht. Das war schon. So. So. Zu wenig Krankenpfleger. Ich werde den Topmann einstellen. Zweiten gleich rüten. Schöpferei. Ein Arzt zur Radiologie bitte. So. Das haben wir gemacht. Das ist jetzt. Es fehlt eigentlich nur mehr Beförderung mitarbeiter. Das wird automatisch. Arbeiten, 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 sie fördern, Hand, Kompetenz, unterwegs, gut, jetzt noch den drei geben und den drei geben, nehmen wir einfach mal dazu, würde ich sagen, Cash haben wir ja, wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. So, sehr schön haben wir das hier, einer mit dem passen, wir haben das gut in den Griff bekommen, alles hier, Hunger haben Leute, manche, Förderer, drei Mitarbeiter, hätten wir sogar eben auch fertig, immer wichtig Leute ausbilden, wo sie verfügbar werden. So, Psychiatrie ist, Finanzmittel sagen sich gar nicht zu Ende, was labert er, was redet er für einen Blödsinn? Lebenskrank haben wir auch, ok? Das haben wir auch gleich erledigt. So, 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 wie ein Partner geben, diese Mission gar nicht an. So, starten wir 300.000, verdienen. lassen die leute befördern sofern wir hier kommen haben wir gleich noch dann zu 2 mäßig können sich auch gut ausgehen knapp glaube ich die liebeskrank aufgaben mache ich jetzt noch nicht so lange aber schon wieder wechseln abgeschlossen 10.000 noch rauskennst du siehst doch easy wenn ich noch mal noch die hälfte der zeit öfter muss man sagen personalmäßig schaut sie nicht schlecht aber es gelte eine million ausstattungs-level krankenhaus nicht 44.000 noch 25.000 noch und richtig lustig und hat auch noch auch im standhaltungsdurchsage toiletten müssen regelmäßig gewartet werden bräuchte noch eine mono-biste patienten treffen jetzt in der psychiatrie ein wir hoffen da jetzt hier irgendetwas das haus meister hatten wir noch gebraucht haben keine misskübel aber lassen wir das dann halt lassen wir es holen wir uns unser nächstes krankenhaus jetzt jetzt flamenken wohlhabenden stadt ok könnte nämlich jetzt ein längeres wir aufnahmen stopfen jetzt mal als praxis 1 verschönern können wir dann noch immer als praxis 2 wahl arztpraxis 3 machen 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 und reichen hier mit dem betten radio loki das ganze und über herz eine cardiologie eine psychiatrie hausenzimmer dann noch ausstatten können auch in der ausstattung und jetzt geht es nur zu mir weil wir sind eh gegangen aus so können wir noch ändern aber es ist einmal schöner gebaut ist es noch nicht perfekt aber es ist eine schöne gebaut 1 2 3 2 2 2 2 2 2 eröffnet neue bewerbungen gleich annehmen dann natürlich ein bisschen einspielen dann nach und nach erweitern das ganze 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 5 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 6 5 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 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 6 5 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 6 5 7 8 8 9 5 5 5 5 5 5 6 5 6